Da hat es mir aber tatsächlich, würde ich sagen, zumindest mal schwerere Verletzungen, wenn nicht sogar das Leben gerettet, eingebrochen und was weiß ich. Das kann bis zu 10, 15 Jahre gehen. Ja, und was er jetzt gesagt hat, 20.000 Schaden, das hat er mir lustigerweise auch in einer ähnlichen Form gesagt, aber klar, für dich ist natürlich der Schaden noch viel größer, du wurdest aus deinem Momentum rausgeworfen. So, jetzt mische ich in den Sessel und dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich auf den Tag gehen, gleich. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich nur gespannt. Finanzkorb, eine Marke der Finanzwache. Wir sichern Polizisten. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorb-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Dennis. Grüß dich, Dennis. Hi, Finanzkorb. Hi, Finanzkos. So war's. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf die Folge heute, denn der Dennis, der ist nicht nur Comedian, was ja so schon eine coole Sache ist, sondern der ist auch noch Polizist. Und die besondere Situation, er ist gerade in Kündigung und sowas trifft man natürlich nicht oft. Zwei Ex-Polizisten und baldigen Ex-Polizisten. Dementsprechend wollen wir natürlich auch heute über die Themen sprechen, die uns da bewogen haben, zur Kündigung zu kündigen. Und auch allgemein über die Polizei. Und klar, natürlich auch den Werdegang von Dennis, weil es ist ein ziemlich spannender. Und ja, vielen Dank, dass du heute am Start bist, Dennis. Ich habe zu danken für die Einladung, Herr. Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe mir eine coole Sache überlegt und zwar war ich neulich beim Königsmacher-Podcast und der hatte immer so ein Format, dass man schnell auf bestimmte Fragen antworten muss. Okay. Und ich finde das ziemlich cool, weil ich werde in Zukunft natürlich auch noch mehr mit Polizisten machen und es gibt ja jetzt noch keinen Podcast für Polizisten. Dementsprechend ist es ja cool, wenn wir das mit Polizeithemen machen. Ja. Deswegen ein paar schnelle Fragen an dich und du musst einfach spontan antworten. Ja, schön. Genau, gibt keine Richtigen, keine falschen. Cool. Dann erste Frage, funken oder fahren? Safe fahren. Safe fahren. Ja, ich fahre immer. Ja, das macht viel mehr Bock, gell? Ja, ich sage halt mal so, ich habe schon so ein bisschen ein Verantwortungsabgabe-Problem. Also ich gebe ungern Verantwortung, aber ich habe selbst gerne unter Kontrolle. Ja. Und ich bin sehr empfindlicher Beifahrer. Das heißt, gerade beim Bremsvorgang an der Ampel, wenn das Auto dann so ruckt, da flippe ich aus. Echt? Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich habe einen Kollegen gehabt, den habe ich einmal fahren lassen. Er hat gesagt, Michel, du fährst nie wieder, bitte. Du kannst nicht bremsen. Fuck. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich lande fast im Airbag, so hat er gebremst. Und ich habe einen richtigen Bremsklotz so als Fuß gehabt. Und ich fahre lieber selber. Safe. Geil. Vor allem sind Einsatzfahrten halt auch einfach geil. Ah, das ist super. Und die sind als Fahrer deutlich geiler. Da fühle ich mich immer so wie bei Alarm für Cobra 11. Ist so, ist so, ja. Wie wenn ich da einfach nur als Beifahrer bin und um mein Leben zittere. Ja, echt so. Da kannst du nicht fahren. Ich hätte jetzt eher gedacht, also ich hätte schon gedacht fahren, weil ich finde Fahren auch viel cooler. Ich hätte jetzt aber eher gedacht, weil Beifahrer einfach stinkt langweilig. Oder was heißt, stinkt langweilig? Klar, kannst du ein bisschen was machen, aber du hast einfach was zu tun. Ja. Wie du sagst. Also ich funke auch sehr gern. Ich bin, ich lieb's zu funken. Ja. Aber ich mach's trotzdem auch als Fahrer. Ja, weil man meistens zögert dann der Streifenpartner oder die Streifenpartnerin und du willst aber jetzt in dem Moment halt dann das durchgeben. Dann fahre ich, nehm das Funkgerät und funke noch mit rein und mein Beifahrer war der mit der. Also ich mach gern beides gleichzeitig, ja. Ja, da hat man am meisten zu tun. Nice. Und was würdest du sagen, Frühdienst oder Nachtdienst? Safe Nachtdienst. Ja. Safe Nachtdienst. Schatzfrühdienst. Ich bin jetzt kein Morgenmuffel, so ein klassischer Morgenmuffel, aber safe Nachtdienst. Außer der Nachtdienst ist tot. Ja, ich hab jetzt am Sonntag, auf Montag Nachtdienst gehabt, die Runde ist eh immer scheiße. Samstag, Sonntag und Sonntag Nachtdienst. Dann war noch scheiß Wetter, ja. Und dann war, ja, so wie zu Corona-Zeiten mit Ausgangssperren. Wir haben nix zu tun gehabt. Nix. Und das in dem Innenstadtrevier, ja. Und das war schon ziemlich, seitdem hab ich schon immer mein Nachtdienstkissen dabei. Nachtdienstkissen. Ja. Mit der Eckbank, ja. Das ist ganz lustig, weil ich hab vorher noch, oder was heißt vorher, ich hab das geschnitten Video, wo es auch darum ging, Geschichtedienst, wo ich auch damit ein Kissen hatte. Musste ich jetzt grad dran denken. Richtig geil. Und, ähm, gut, Nachtdienst, das heißt so eine richtige Nachteule, würdest du eher auf Energydrink gehen oder eher auf Kaffee? Kaffee. Ich bin Kaffeetrinker. Ganz selten mal einen Energydrink, nur wenn im Geschmack. Ja. Aber, dann trinke ich lieber einen Dr. Pepper nachts. Also ich fahr meistens jeden Nachtdienst an die Tankstelle und hol mir einen Dr. Pepper, ja. Geil. So ein richtiges Ritual. Ja, genau. Oder ein Eis. Im Sommer immer ein Eis, ein paar Mac-Es, Mac-Sunday, ohne Soße, ja. Und, äh, wichtig. Einfach nur pur genießen, ja. Geil. Geil. Ja, sagt jeder seine Rituale, gell? Ja, ja, absolut. Wie ist es so, bei dir gibt es eine Polizeieinheit, wo du schon immer mal hin wolltest? Ne. Ne. Ne, eigentlich schreitend nicht. Das ist jetzt nicht die beste Frage für jemanden, der bei dir liegt. Der kann auch richtig, ja. Das ist eigentlich, äh, ja, sehr sarkastisch. Ne, also ich sag mal, ich hab nie so die, es gibt ja viele, äh, SAK, BFE und so, ja. Ja, ich war ja im Einsatzzug gewesen und, äh, das hat mich schon nach drei Monaten angekotzt. Und dann, äh, bin ich zur Kripo, war dann bei der Kripo und dann, äh, im Streifendienst und, äh, für mich ist eigentlich ein Streifendienst, die Polizeiarbeit. Ja. Von daher, aber es gibt kein Spezielles, wo ich sage, da muss ich unbedingt gehen. Okay, also gibt's nicht bei dir. Ne, cool. Dann noch, äh, eine letzte Frage. Was ist so ein Einsatzz, den du des Öfteren erzählst? Weil man kennst ja, man hat immer gefragt, das Polizist hat schon mal was Cooles erlebt und jeder hat so seine zwei, drei Einsatzzinn dir immer mal wieder erzählt, weil sie cool waren. Hast du da so einen? Äh, nicht nur einen, ich hab da deutlich mehrere. Also, äh, ich mein, ich hab ja selbst auch einen Podcast gehabt, ähm, der hieß Copcast, ähm, den musste ich dann leider canceln, aber da können wir vielleicht dann noch später näher drauf eingehen. Und, äh, in dem hab ich halt auch sehr, sehr viele Storys erzählt, ja, es gibt sehr viele witzige Storys, ähm, die baue ich natürlich auch immer in mir ein Programm mit ein, ja, wie, keine Ahnung, wo ich mal einer Frau Urin abnehmen wollte, also nicht ich, sondern die Kollegin, ja, und du weißt jetzt, was kommt, weil du den Witz schon gehört hast, ja, oder die Story und die ist halt tatsächlich passiert. Die ist, äh, voll zugedritten mit dem Auto gefahren, ja, und dann haben wir die halt kontrolliert, das Auto hat auch massive Geräusche gemacht, war kurz vorm Auseinanderfallen, ich musste das Auto wegfahren, ähm, hab mich dann da reingesetzt, natürlich im Einverständnis der Fahrerin und der Halterin und dann hat die gesagt, ja, fahren sie weg und ich bin fast nicht vom Fleck gekommen, weil ich konnte die Kupplung nicht durchdrücken. Also ich hab wirklich reinrammen müssen, dass ich die Kupplung durchgedrückt hab und dann konnte ich anfahren, das Auto hat gekleppert und alles, zur Seite gefahren, einparken war dementsprechend auch schwierig, also ich stand fast so, irgendwie so die Smarts, die sich so, ähm, komplett längs reinstellen in die Parklücke und dann sind wir mit ihr auf die Dienststelle, die Kollegin ist mit ihr aufs Klo und dann kommen die zurück, schreibt mir einen Vorgang, ja, und dann stellte ich mir den Urinbecher hin und da war halt ein Stück Scheiße dran. Da war halt ein Stück Scheiße dran, einfach, und ich hab nicht gewusst, dass das Stück Scheiße da dran ist, ich hab damit ja gar nicht gerechnet, ja, und dann sitze ich in meinem Büro und denkst, ey, was riecht hier nach Scheiße, ja. Und, äh, die Kollegin hat ja auch nix gesagt, die hat mir einfach den Becher hingestellt und ist ohne etwas zu sagen und so, es kommt komplett selbstverständlich, ich bin einfach wieder rausgelaufen, ja. Die Geschichte erzähl ich natürlich sehr gern, äh, weil sie halt auch einfach wahr ist, und, äh, ich hab nicht mal irgendwas ändern müssen, ja. Viele tun ja was dazu dichten nochmal, auch wenn sie Geschichten erzählen, dann muss ja kein Comedian sein, äh, und dass es dann extremer wirkt oder so, und da brauch ich gar nichts dazu dichten, weil es einfach so war. Ja, und das Geilste war, äh, ich hab dann die Frau auch gefahren, weil die saß ja bei mir im Vernehmungszimmer, ich hab die dann belehrt und alles, und dann hab ich gesagt, sagen Sie mal, wieso scheißen Sie mir an den Becher? Ich bin da halt auch immer sehr direkt mit den Leuten, und hab gesagt, wieso scheißen Sie mir an den Becher? Ich wollte nur Urin, ja, ich hab nicht gesagt, ich brauche eine Stuhlprobe, ich bin ja nicht Ihren Hausarzt, ja, oder so. Und dann sagt die tatsächlich zu mir, naja, kann doch mal passieren. Was? Hat die nicht gesagt? Doch, und ich sitze in der Büro, die Aussage hab ich nicht mal mit in mein Programm eingebaut, ja, ähm, und dann denk ich, dann sitzt du so da und denkst, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, die denken, ich bin bescheuert, ja, das kann nie, das kann nie passiert sein, aber so eine Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes passiert, ja, und das ist eigentlich immer eine sehr erwähnenswerte Story, muss ich sagen, ja. Ja, damit kriegst du den einen oder anderen zum Schmutzel, kann ich mir vorstellen. Sogar auch Frauen, viele Frauen lachen drüber, ganz tatsächlich, ja, also, das war so am Anfang, wo ich das erzählt hab, insbesondere auf der Bühne war ich immer so unbehagen, ah, kann ich das erzählen, vielleicht fühlen die Frauen sich angegriffen, nun, das sind die, die am lautesten lachen. Ja, ja, das hätte ich tatsächlich jetzt auch gedacht. Ja, ja, jetzt ohne Scheiß, ja, und gut, damit Scheiß, aber, äh, das war schon gut, ja, das ist eine geile Geschichte. Legende, Legende. Ich muss auch sagen, ich war ja, ähm, wir waren ja, wann war es, vor zwei Wochen, waren wir ja in Stuttgart bei, ähm, Comedy Bubbles und das war jetzt auch so eines der ersten Comedy Events, wo ich war, klar, immer wieder Videos reingezogen und, klar, jeder lacht gerne, aber so eines der ersten Comedy Events war richtig geil, muss ich sagen. Ist halt was anderes live. Ist was anderes. Das, äh, ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz cooles Feedback von dir, ähm, klar, war ich auch da, es waren ja auch andere da und, äh, du kannst es einfach nicht vergleichen, weil die Energie und der Vibe und die Empathie und Sympathie, Mimik und Gestik, du nimmst das einfach ganz anders wahr, wenn du es tatsächlich siehst, ja, ich meine, wir haben uns vorher auch noch nie gesehen, das war nur mal per Telefon oder halt, äh, dass wir über Instagram geschrieben haben und, äh, da haben wir uns ja auch das erste Mal live gesehen und man wirkt ganz anders, man wirkt einfach ganz anders. Es ist so und du, es ist auch was anderes, wie wenn ich mir ein Video reinziehe, weil, ähm, es gehört ja so auch die Aufmerksamkeit dazu. Wenn ich mir jetzt die gleiche Show von dir auf Video angeguckt hätte, klar hätte ich auch gelacht, klar hätte ich auch mal geschmunzelt, aber wenn du dir wirklich so die Zeit dafür nimmst, dann ist es einfach, du hast eine ganz andere Wahrnehmung, wie du sagst, der Vibe, das Publikum und alles, also war richtig geil. Ja, danke schön, er muss das auch gerade zahlen. Er muss es zahlen, okay, Geld gibst du mir dann später, gell? Der Fugel geht, klar, logisch. Ja, nee, ohne Scheiß, also, ähm, es war total witzig, also meine Freundin war ja auch am Start und, äh, die kannte ich jetzt ja davor nicht und hat sich auch auf den Arsch abgelassen, also war wirklich... War ein guter Abend, ja. War ein guter Abend, kann man so sagen. Ja, genau, was mich jetzt aber natürlich interessiert, was ja auch so, ähm, ursprünglich auch so das Thema war, ist ja, dass du halt auch, ähm, Kollege bist, aber jetzt kündigst und ich weiß, da war auch irgendwas mit der Gewerkschaft und irgendwas so in die Richtung, deswegen erzähl doch einfach mal, wie kommt es jetzt, dass du gekündigt hast oder was ist da vorgefallen, irgendwas war da? Also, ich sag jetzt mal so, wenn du von klein auf den Traum hast, Polizist zu werden, ich hab auch noch ein Bild, äh, zu Hause mal gefunden, das waren diese aus den, äh, wie heißen die Kameras, wo das Bild gleich vorne rauskommt. Ähm, ich weiß, was du meinst. Das waren zwei Bilder. Ja, genau, wo du Traum drückst, es kommt raus. War das nicht Polaroid? Ich weiß nicht, du hast einen speziellen Namen. Ja, irgendwie, ja, ist egal. Auf jeden Fall, äh, für mich zählt das auch nicht zur Allgemeinbildung. Ähm, nee, nee. Und ich hatte damals, es war, da war ich glaube, so Hort, äh, Hortalter, ja, Kindergarten, so Übergang zur Schule und da war, äh, eine ganz, ganz alte Polizeimaschine, ein Motorrad vor Ort gewesen, da konnte man Bilder machen, das war so eine Attraktion von der Polizei Mannheim. Und, äh, für mich war eigentlich da schon gleich, wie irgendwann mal Polizist war, ne, das ist wie bei vielen der Traumberuf, so, Kindestraum. Und ich bin's ja dann auch geworden, ähm, die Alternative wäre tatsächlich gewesen, äh, Lehramt und ich hatte mich auch bei der Versicherung beworben tatsächlich damals, aber das war eigentlich nur so aus dem, äh, Ding heraus, aus der Not heraus, äh, das mit den Versicherungen, weil ich irgendwie Angst hatte, ich war bei der Polizei nicht genommen. Wegen meiner Allergie-Heuschnupfen, da hab ich auch damals massive Probleme gehabt und bin abgelehnt worden, ähm, ich hab dann ein bisschen gedroht und so weiter und, äh, hab mich dann reinboxen können. Ähm, und, ja, war dann Leib- und Seele-Polizist, die Ausbildung war ganz geil, es lief alles top, ähm, und, äh, danach, EZ war langweilig für mich, ja, bei der Kripo lief's gut und dann bin ich auf ein neues Revier gekommen, freiwillig bin ich in ein Brennpunktrevier, in dem ich auch aufgewachsen bin, in dem Revierbereich, äh, und da hat dann der Scheiß angefangen. Ja, da hat dann einfach der Scheiß angefangen, es war eine massive Belastung, Einsatzbelastung, wobei die mich jetzt nicht irgendwie dazu bewogen hat zu kündigen, weil ich so viel draußen gedacht habe. Gesehen habe oder so, aber es gab halt auch Einsätze, die sehr belastend waren, auch psychisch, muss man sagen, und, äh, ja, die Unkollegialität teilweise intern, ja, und es werden Entscheidungen getroffen, die man einfach irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann, weil sie ja eigentlich belegbar irgendwo in Dienstanweisungen stehen, ähm, oder halt einfach per Gesetz anders definiert sind. Und, äh, ja, jetzt habe ich eine große Fresse, ja, ähm, ich bin sehr direkt sowohl beim Bürger als auch gegenüber Vorgesetzten, mir ist egal, was auf der Schulter ist, mir geht's um Gerechtigkeit, ich habe ein Eid abgelegt, 2013, ähm, dass ich, äh, Recht und Gesetz vertrete, ja, und das in jeder Situation, dass ich einen Strafverfolgungszwang habe, etc., pp., Und wenn ich dann merke, dass intern das nicht gemacht wird, ja, oder, so mal so, mal so, so ein bisschen freischnauze, das, da kann ich mich dann mit identifizieren, ja, und dann spreche ich das aber halt auch an und sage, das geht nicht. Und dann sind so die ersten zwischenmenschlichen Probleme entstanden, weil ich habe immer ganz klar, ähm, getrennt zwischen privat und Beruf, ja, ähm, ich war privat, bin ich anders und deutlich lockerer als im Dienst, weil ich sage, ich werde dafür bezahlt, draußen für Ordnung zu sorgen und für Sicherheit zu sorgen, dann muss ich da einfach auch ein bisschen rigoroser sein, privat haue ich mir auch mal 15 Bier in den Kopf, ja, jetzt muss ich mir auch mal übertrieben gesagt, ja, und gröle auch mal rum, das, äh, muss auch so erlaubt sein, aber im Dienst heißt es halt einfach Dienst, ja, und, da muss ich das zu 100% machen, so, und dann gab es so die ersten Probleme mit den Vorgesetzten, äh, Meinungsverschiedenheiten, ganz lapidare Meinungsverschiedenheiten, das kannst du so nicht schreiben, so fängt das an, mir gefällt die Formulierung, wo ich mir dann schon sage, äh, rede ich oder steht mein Name unter der Anzeige oder deiner, ja, und, äh, so hat das angefangen, hat sich das immer ein bisschen mehr zugespitzt, die Meinungsverschiedenheiten werden dann öfters, dann, äh, trennt man sich irgendwann, geht auf eine neue Dienstgruppe, und denkt so, ah ja, okay, jetzt wird, beginnt man wieder vor Null, und dann kommt ein noch größeres Problem, ja, dann kommt ein Dienstvorgesetzter, äh, umlaufhörer Dienst, ja, und, äh, der dann irgendwie ein persönliches Problem mit dir hat, du hast aber auch ein persönliches Problem mit ihm, ja, und, äh, dann, dann, dann knascht es halt ordentlich, und dann, äh, wenn man dann aber versucht, irgendwie da hintenrum, hintenrücks irgendwas zu machen, äh, und dann die persönliche Konfrontation zu suchen, wie es meiner Meinung nach für eine Führungskraft, insbesondere bei der Polizei sich gehört, und ich glaube auch, es wird im Studium so in der Führungslehre gelernt, ich war auch nicht studiert, hab dann die dumme Ausbildung gemacht, ja, wie ein einfaches Sachbearbeiter, ja, richtig, ähm, ja, dann wird es halt schwierig, ja, und, wenn man jemanden bloßstellt auf der Straße vor Bürgern, ja, und dort zusammenscheißt mit einem Satz, äh, du wirst mich richtig kennenlernen, wenn du noch einmal meine Autorität untergräbst, das Kollegen mitkriegen, Leute, die aus dem Fenster gucken, dann muss ich halt schon die Eignung, die Führungseignung dieser Person sehr, sehr stark in Frage stellen. Aus dieser Situation heraus, ähm, ergaben sich dann weitere Probleme, ähm, wie dann ignorieren, nicht mehr Hallo sagen, ja, beim Feierabendbier haben plötzlich angefangen, die anderen Kollegen dich auch auszugrenzen und nicht mehr zu lachen, obwohl sie immer, äh, der Wesen, äh, du bist so witzig, äh, und dann plötzlich hat keiner mehr reagiert, wenn du gesprochen hast, wenn er aber gesprochen hat, ja, dann hat jeder, ah, ist das so witzig und so, und ich denke mir noch, Alter, soll ich euch das Feierabendbier ins Gesicht schlagen, oder was ist bei euch kaputt, ja, und, äh, ja, und bis du das dann alles mal realisierst, was da abgeht, ja, da denkst du halt, ich spinne halt gerade, ähm, aber du beobachtest das, du nimmst immer mehr Zeichen wahr, manchmal tut man sich auch reinsteigern, das ist auch so ein psychologisches Phänomen, ich studiere noch nebenher Psychologie, das heißt, ich bin da auch immer so ein bisschen Alarmsignal mäßig schon dann sehr, sag ich einmal, sensibel unterwegs mittlerweile, weil ich aber heute auch diese fachlichen Kenntnisse habe, und dann vielleicht ein bisschen mehr interpretiere, wie vielleicht andere, äh, und, äh, dann gab es dann einen Vorfall, wir hatten eine Kontrollstelle, und, äh, da wollte mich einer bewusst umfahren, da ist einer, äh, mit unverminderter Geschwindigkeit auf mich zugefahren, ich war eigentlich kein Anhalteposten, das war eigentlich jemand anderes, die Person hat dann aber nicht eingegriffen, und der Kollege, der gefunkt hat, dass wir unbedingt das Auto anhalten sollen, äh, wenn der funkt, dann hat es Hand und Fuß, das ist ein sehr guter Kollege gewesen, und, äh, bei dem, wenn du weißt, der sagt, jetzt bitte den anhalten, das ist ein Drecksack, ja, so auf gut Deutsch, das hat er nicht gesagt, aber ich sag das so, ähm, dann bin ich halt auf die Straße, da kam ums Eck gefahren, Fenster auf, Arm raus, ein richtiger Gangster, mit einer dicken S-Klasse, ähm, und, äh, guckt mich an, und ich war am Straßenrand gestanden, dann bin ich diagonal rückwärts, also sozusagen, hab ich eigentlich noch weiter von ihm entfernt, auf die Straße gelaufen, zeig das Handzeichen, und, na, wir haben noch keine Ankalte-Kette gehabt, war super vorbereitet, die Kontrollstelle, ja, also wirklich Chapeau an den, Dienstgruppenführer, äh, und, ja, und dann, bremst er Sack nicht, ja, und das Auto hat dann von selber gebremst, und diese Bremsmechanismen, und die Geräusche von einer Schlag-Notfallbremsung, waren mehr geläufig aus der E-Klasse, ja, die sehr sensibel ist, da fährt 10 Meter hinter dir eine Straßenbahn, ja, wo ich mir denke, Alter, die ist noch 300 Meter weg, die scheiß Straßenbahn, ja, und, äh, dann, wenn du einen Unfall baust, dann piepst du erst danach, ja, also, die Technik ist einfach scheiße, da hat sie mir aber tatsächlich, ähm, würde ich sagen, zumindest mal schwer, wenn man Verletzungen, wenn nicht sogar das Leben gerettet, und im Gutachten, es scheinen nur 15 kmh rausgekommen zu sein, wo die Person gefahren ist, für mich war das natürlich subjektiv vor Ort deutlich mehr, natürlich, ähm, aber auch mit 15 kmh kannst du schwerwiegende Verletzungen, ähm, wenn nicht sogar den Tod hervorrufen, wenn ich unter dem Auto liege, ja, weil ich war auch wie angewurzelt, ich habe nämlich null gerechnet, also, was machst du in dem Moment, so, ich finde, man stellt sich das ja immer so vor, wenn sowas passiert, ja, klar, spring kurz zu sein, aber ich kann es mir total vorstellen, damit, also, welcher normale Mensch macht sowas? keiner, keiner, und normalerweise, ich bin, ich stehe immer unter Strom im Ding, bei jeder Verkehrskonrolle, egal ob eine Oma drin ist oder nicht, ja, wenn wir da an die Situation in der Pfalz denken, wo die zwei jungen Kollegen erschossen wurden, ich stehe immer unter Strom, ich habe auch immer meine Hand an der Waffe, ich bin, eigensicherungstechnisch, bin ich immer sehr, sehr hoch, ich fahre auch immer sehr hoch, ja, dementsprechend habe ich auch immer einen recht strengen Unterton, ja, aber erkläre auch den Leuten immer, das ist mein Leben, ich kenne sie nicht, sie können hier irgendwo ein Messer drin haben und versuchen mich abzustechen, ich weiß nicht, ob sie psychische Probleme haben oder was bei ihnen sonst im Alltag aussieht, auch wenn sie mich so nicht angrinsen, ich weiß es nicht, ja, und ich will sicher heinkommen, ich will, dass der Kollege oder die Kollegin sicher heinkommt, insbesondere, wenn du mit dem Praktikanten unterwegs bist, weil ich bin auch Praxisausbilder, ja, und, ja, und, normal bin ich immer sehr, sehr stark vorbereitet, auch mental, auf verschiedenste Situationen, meistens immer auf Worst Case, da war ich es nicht, und dadurch habe ich dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, ja, war dann drei Wochen zu Hause, deswegen erst mal, und habe gesagt, ich komme erst wieder in den Dienst, wenn alles für mich in Ordnung ist, und ich weiß, ich kann auch zu 100% wieder für die Kollegen, ja, gewährleisten, dass ich Sicherheit auch ihnen geben kann, ja, und dann komme ich nach drei Wochen zurück, und gehe, so wie es meiner Meinung nach gehört, hoch zum Revierleiter, nach drei Wochen K, und sage, sie, ich bin wieder voll einsatzfähig, ich bin da, dann sagt er, ah, habe Sie Urlaub gehabt, dann habe ich gesagt, bitte, was, äh, nee, ich war krank, wegen dem Vorfall, äh, Sie wissen, und, äh, äh, dann sagt er, ach ja, da war was, stimmt, äh, ja, kommen Sie mal später vorbei, ich muss mit Ihnen, deswegen eh nochmal reden, okay, habe ich gesagt, wie wäre es erstmal mit, wie geht es Ihnen, ne, bei Ihnen wieder alles okay, schön, dass Sie wieder da sind, einsatzfähig sind, ja, bei Personalmangel, etc., aber mir immer die Monate vorher, äh, ums Honig, Honig ums Malmisch mit, was für ein geiler Beamter ich bin, und wie viel ich arbeite, und das alles prima ist, ähm, weil ich habe auch ein Personalgespräch zu ihm gesucht, und habe gesagt, gibt es irgendwas, ich habe so das Gefühl, irgendwie, man ist mit meiner Arbeit nicht zufrieden, oder sonst irgendwas, weil da geht es auch immer um Fehligen, und Blah, und, ja, Leistung, Prognose, und Scheiße, ja, und, äh, dann habe ich halt auch offiziell das Gespräch gesucht, und habe gesagt, wie sieht es aus, was kann ich verbessern, passt irgendwas nicht, weil ich vorher auch mit unserem Stellvertretenden, Revierleiter, ein komisches Gespräch hatte, der, der auch auf Formulierungen gegangen ist, ja, also lauter so half a case, und dann sagt er, nee, nee, alles gut, und dann die Aktion, und dann wo ich mir denke, sag mal, wie unsensibel kann man eigentlich sein, und wie unempathisch, ja, ja, wie unmenschlich, ja, das ist einfach eine Schweinerei, ja, und, da kann ich einfach von einer gestandenen Führungspersönlichkeit, im Revierleiter, einfach mehr verlangen, ja, und, wenn er auch selber Probleme hat, die interessieren mich nicht, ja, die kann man nicht an mir auslassen, ne, und, ja, dann bin ich später nochmal hoch zum Gespräch, und ich frage immer, wenn ich ins Büro von der Führungspersönlichkeit reingehe, soll ich die Tür zumachen, so habe ich es beigebracht bekommen, sowohl aus dem Elternhaus, aus dem Oma Haus, sage ich jetzt mal, aber auch von meinem Ausbilder, frage immer, ja, und er sagt immer nein, ich komme rein, sage, soll ich die Tür zumachen, so das übliche Spiel, will mich eigentlich schon hinsetzen, und dann sagt er, besser wäre es, und, okay, ich stehe also, bin gerade so am runtergehen, zum Hinsetzen, gehe wieder hoch, mache die Tür zu, setze mich in den Sessel, und dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich auf den Hacker gehen, gleich, und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, ja, und er schon so geguckt, und ja, ähm, sie verlassen das Revier, das war der erste Satz, und dann habe ich gesagt, äh, was, hallo, wie ich verlasse das Revier, ja, sie haben schon richtig verstanden, sie werden das Revier verlassen, weil ihr Dienstgruppenführer, in ihrer Abwesenheit, mehrfach über sie Beschwerde geführt hat, da habe ich gesagt, okay, interessant, äh, und was liegt zugrunde, ah, sie werden sozial unverträglich, da habe ich gesagt, aha, auch das ist interessant, habe ich noch nie gehört, ja, das heißt, wenn man seine Meinung äußert, ist man sozial unverträglich, das ist eine sehr interessante Kombination, Kombination und Abfolge der Geschehnisse, habe ich gesagt, wie wäre es, wenn sie mich eigentlich mal um meine Situation befragt hätte, wie ich die Sicht der Dinge sehe, ja, anstatt mich mit Sachen zu konfrontieren, vom Revier zu schmeißen, um mich als Problembeamter darzustellen, sagt er, ich stelle sie nicht als solcher das, sie sind einer, nein, aha, alles klar, ich sage, wissen Sie was, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen, habe ich das Gespräch beendet, dann bin ich raus, habe ich mit der Gewerkschaft telefoniert, habe mit der Polizeipsychologin telefoniert, gesagt, ist das normal, oder spinne ich jetzt irgendwie, und, nein, das ist nicht normal, bitte sofort nochmal hochgehend ins Gespräch suchen, fragen, ist was schriftlich fixiert, oder, 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 gibt es was gegen sie, vielleicht auch dies sie, also, hallo, da muss ich auch bei der Aussage aufpassen, nun, die Leute müssen mich belehren, also, ich bin nochmal hoch, mache ich mito, bin ich zum Stellvertreter, habe ich gesagt, der Chef ist nicht mehr da, ich habe Redenbedarf, alles klar, ja, der ist gerade im Präsidium, der klärt was, ich sage ihm Bescheid, wenn er wieder da ist, so, und dann sind drei Stunden wieder vergangen, es war schon abends, ja, das lief im Spätdienst, es war halb sechs, oder was, und ich denke, oh, jetzt wird es aber so langsam ein bisschen spät, ja, dann bin ich nochmal hoch, war nicht mehr da, ist einfach gegangen, und dann bin ich zum Stellvertreter, habe ich gesagt, hey, habe ich sie denn nicht Bescheid gegeben, dann sagt er, doch, doch, hat er mit ihr nicht mehr gesprochen, sagt, hey, nee, hat er nicht so heim, also, super, am nächsten Frühdienst, war ich dann tatsächlich, für mich intern verpflichtet, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt halt auch gucken, dass ich mich schütze, dann habe ich jeden einzelnen Kollegen, eine Kollegin, nacheinander ins Büro gezogen, oder gebeten, besser gesagt, und habe die damit konfrontiert, und habe gesagt, hier hätte angeblich dessen das stattgefunden, es hätte eine Dienstgruppensitzung gegeben, in der nahezu einstimmig beschlossen worden ist, dass man mit mir nicht mehr fahren kann, ich sei sozial unverträglich, stimmt das, das hat jeder verneint, und die Reihenfolge, die ich gewählt habe, habe ich sehr bewusst gewählt, weil ich mit den Leuten angefangen habe, von denen ich es am wenigsten erwartet hätte, dass sie gegen mich sind, und zum Schluss habe ich die Leute daran genommen, wo ich entweder wusste, dass sie schon was gegen mich gesagt haben, oder wo ich gewusst habe, die hassen mich, so ein Gefühl, ne, und ich halt auch gerne kritisiere, ja, bist ja auch polarisiert, Entschuldigung, und ich war einer mit der erfahrensten auf der Dienstgruppe, also, da wird man die Jungen ja auch mal ein bisschen kritisieren dürfen, ne, zumal mir auch immer der DGL gesagt hat, ich soll die bis an die Hand nehmen, also, irgendwie total widerspenstisch, ja, und, ah ja, dann kam auch raus, okay, das vereinzelt jemand was gesagt hat, aber es hat nie eine Dienstgruppensitzung gegeben, in der man beschlossen hat, ey, der Projekt muss weg, mit dem kann man nicht mehr fahren, dem kann man nicht vertrauen, oder so, sondern es ist alleine von der Person ausgegangen, ne, und, ja, und dann habe ich natürlich mit Notizen gemacht, dann bin ich nochmal hoch zum Revierleiter im Frühdienst, bin einfach in sein Büro gestürmt, hab dann natürlich keinen Termin gehabt, und dann habe ich gesagt, und jetzt mache ich die Tür zu, dann habe ich die Tür zugemacht, dann habe ich gesagt, jetzt hören Sie mir mal zu, habe ich gesagt, was war das erstens gestern, zweitens, wenn ich darum bitte, dass ich nochmal einen Redebedarf habe, und Sie einfach nach Hause gehen, habe ich gesagt, dann finde ich das massiv unverschämt, also ich will jetzt sofort wissen, was liegt gegen mich vor, gibt es was schriftlich, nein, so, und dann will ich jetzt nochmal ganz genau wissen, was mir vorgeworfen wird, ja, und dann habe ich immer meine Situation geschildert, in Kürze, und dann habe ich gesagt, finden Sie, das macht jemand aus für den höheren Dienst, dass er Leute hinterrücks attackiert, und Gespräche haben nie stattgefunden, und lügt Sie als Revierleiter an, weil der behauptet hat, er hat mit mir ein persönliches Gespräch geführt, das hat nie stattgefunden, shit, bis heute nicht, ja, obwohl ich schon damals, wo wir die Auseinandersetzung gesagt haben, wir können gar nicht unter vier Augen reden, ja, und, nee, nee, aber jetzt ist es halt so, und dann habe ich gesagt, gut, ich mache keinen Dienst mehr, ganz einfach, ja, aber Sie müssen jetzt locker noch zwei Wochen hier bleiben, dann sage ich, dann gehe ich in den BD, weil die brauchen Unterstützung, auf dieser Drecksdienstgruppe mache ich keinen Dienst mehr, ja, wer weiß, was sonst noch passiert, ja, das können Sie nicht machen, und wie ich das machen kann, ich stehe jetzt nämlich auf, pack meine Sachen, und geh hoch in der BD, und wenn Sie ein Problem damit haben, dann bin ich ab sofort krank und zu Hause, ganz einfach, habe ich gesagt, ich lasse doch hier mit mir nicht den Affen machen, ja, oder riesige rote Birnen gekriegt, ja, weil ich dann halt auch dann massiv attackiert habe, aber was soll das, ja, ja, dann machen Sie das halt, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, sage ich, ja, ich mache jetzt eh hier, was ich will, Sie sagen mir jetzt eh nichts mehr, ja, wo gesagt, ich habe auf ein scheites Revier kommen, ich will gerne auf das Revier, oder das Revier, aber so, wenn ich auf ein anderes Revier komme, bin ich nicht mehr da, dann bleibe ich zu Hause, ganz einfach, ja, weil, wenn man so mit mir umgeht, habe ich gesagt, dann kann ich auch mal die Peitsche rausholen, dann wird nämlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen jeden geschrieben, und dann lange Rede kurzer Sinn, zwei Wochen später war ich auf einem neuen Revier, wo ich jetzt schon seit über anderthalb Jahren bin, und der Chef immer von mir geschwärmt, das hat mich mehrfach am Anfang dann auch ins Büro geholt, und gesagt, Dennis, ich verstehe gar nicht, was die mit dir haben, du machst geile Arbeit, hochqualitativ, bei dir kommt was rum, und du bist ein total feines Kerl, und wenn es menschelt, und man persönliche Befindlichkeiten zu einem Krieg macht, nur weil man Meinungen nicht verträgt, von einem, der in der Hierarchie unter einem steht, dann hat der, meiner Meinung nach, ein Persönlichkeitsproblem, wenn nicht sogar eine Störung, und wenn andere dann sagen, also wirklich im Tenor, alle sagen, wie kann man mit dir nicht auskommen, sagen, wie kann man nur nicht auskommen, wenn mich jemand versucht zu ficken, weil dann fick ich zurück, es gibt diesen Spruch, don't fuck the fucker, und nach dem Motto lebe ich, weil wenn man mich dumm anmacht, mache ich jemanden zurück, wie es in den Wald reinholt, halt es da wieder raus, und so lernt man es ja auch bei der Polizei. Ja, ist so, ich habe das von meiner Oma gelernt, von meinem Opa, von meiner Mutter, und dementsprechend waren diese ganzen Ereignisse dann schon neben noch dem Disziplinarverfahren und drei Strafverfahren, die auch plötzlich aus dem Nix gegen mich eingeleitet wurden, nach dem ersten Streit mit meinem Dienstvorgesetzten, plötzlich vier Wochen später im Briefkasten gehabt, das Innenministerium hat Polizeipräsidium Mannheim darum gebeten, gegen mich zu ermitteln. Anzeige anonym, in der Akte stand nie wie jemand drin, da stand auch nicht einmal ein Eingangssachverhalt, Eingang der Mitteilung, von, am, um, und was der Inhalt dieser Mitteilung ist, also auch das Einmaleins, Grundausbildung, Polizei, nicht mal das stand in der Akte drin, und dann soll ich mir von Recht und Datenschutz irgendwas erzählen lassen, wenn die nicht einmal die Arbeit richtig machen und selber nicht die Sache euch halten. Es kommt jetzt alles sehr, sehr negativ rüber, ich möchte da jetzt auch eine kleine Lanze brechen, also für den Beruf, das ist ein geiler Beruf, nur sehe ich halt ein Problem in der Tatsache, dass es alles sehr politisch gesteuert ist, das kommt ja alles vom IM, die Chefs dann alle unter Druck stehen, die geben den Druck nach unten, wollen halt einfach keinen Ärger haben, aber der Ärger gibt es dann halt intern, nach außen wird immer alles, es ist alles sehr schön, und wir haben die Statistiken erfüllt, bla bla bla, geiler Beruf, nur wenn du eine eigene Meinung hast, und die auch sehr offen und direkt sagst, hast du einfach ein Problem bei der Polizei, das ist meine Meinung. Ich habe sehr viele gute Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die wirklich geile Arbeit machen, und ich will jetzt auch die Institutionen als solches nicht komplett jetzt in Frage stellen, aber ich möchte einige Führungspersönlichkeiten in Frage stellen, und das soll auch der Grund her noch jetzt von diesem Monolog sein, also ich habe sehr viel gesprochen, Ja, du, das ist okay. Aber ich glaube, nur so kriegt man auch den kompletten Eindruck, warum einer dann tatsächlich auch kündigt. Ja, ja. Ich habe 20.000 Euro Vermögensschaden durch das Disziplinarverfahren, weil das in die Länge gestreckt wurde, das ging 14 Monate, obwohl das hätte mit Zwischenergebnissen nach 8 Wochen, hätte schon beendet sein können. Da gibt es ja auch Formen und Fristen, die sind auch nicht eingehalten worden. Und ich konnte meine Komitee nicht mehr ausführen, deshalb habe ich bis heute Probleme, weil mich niemand mehr buchen will, die sagen, der war zwei Jahre fast weg, macht er auch noch was. Und dann bist du aus deinem Programm draußen, musst du ja schon mal wieder in dein Programm reinkommen. Es läuft jetzt wieder geil, du hast es gesehen, in Stuttgart war ich relativ schon wieder nah an meiner Höchstform von 2020, war eine Deutschlandtour geplant gewesen, Fernsehauftritte, alles Mögliche, und das ist dann alles in den Bach gegangen. Und das sind so Sachen, wo ich einfach sage, ich kann mit so einem Arbeitgeber nicht mehr. Nee, das verstehe ich. Das ist leider so kein Einzelfall, also ich kann die Story jetzt nicht erzählen, weil ich ihn nicht gefragt habe. Ja, logisch. Aber in einem ähnlichen Fall, wo er vor Gericht war, wo ich auch da war, wo ich das auch mitbekommen habe, wie schlimm sowas sein kann, auch bei mir im ersten Praktikum. So, ich kenne das, wenn du wirklich, so ist dir mit deinen Führungspersönlichkeiten, wenn du da im Klinch liggst, da hast du ganz kurze Karten bei der Polizei. Du schießt? Das ist asozial. Siehst du, da werden irgendwie Regeln gebrochen, und was weiß ich. Das kann bis zu 10, 15 Jahre gehen. Ja, und du hast ja jetzt gesagt, 20.000 Schaden, das hat er mir lustigerweise auch in einer ähnlichen Form gesagt, aber klar, für dich ist natürlich der Schaden noch viel größer. Du wurdest aus deinem Momentum rausgeworfen, du musst das alles nochmal ins Aufbau. Durch einen viel höheren, nicht messbaren Schaden. Richtig. Image-Schaden, das ist nicht messbar. Und gerade bei uns in Deutschland, in Amerika, könnte ich das Polizeipräsidium verklagen, würde wahrscheinlich eine Million kriegen. Hier in Deutschland, das Schmerzensgeld, ich war erst jetzt beim Anwalt, gerade wegen dem Fall, wo ich angefasst worden bin, und da ist jetzt die Gerichtsverhandlung bald. Und er hat auch zu mir gesagt, Herr Boyez, wir können versuchen, viel rauszuholen, aber wir müssen auf dem privat-zivilrechtlichen Klageweg gehen, und uns einen Titel holen, und alles Mögliche. Am besten lassen Sie sich ein Gutachten machen, dass Sie wirklich diese posttraumatische Belastungsstörung auch nachfolgend haben werden. Die geht ja nicht weg, das weiß ich sowieso, wenn einmal, sag ich jetzt mal, die Synapsen und die Neuronen im Kopf gestört sind, dann bleibt das generell auch so. Das ist wie mit einer Suchterkrankung. Meine Mutter war beispielsweise Alkoholikerin, wenn Sie mir das anordnen, Sie mir Weisungsbefug, aber dann schreibe ich immer auf, anordnen von, E, P, H, K, bla, 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 bla. Und nein, nein, so kann man das nicht machen. Sag ich, das ist ja inser, weil mein Name drunter steht. Mich jetzt mal so aus der Praxis interessieren würde, inwieweit hat dich da die Polizeigewerkschaft supportet, weil du wirst ja bestimmt auf die zugegangen sein. Und jetzt bin ich halt dabei, jetzt können Sie mich am Arsch lecker. Jetzt mache ich es dran. Ich konnte die Kollegen nicht mehr sehen. Ich habe einen richtigen Brass gegen Uniform gekriegt. Vielen Dank.